Was dazu bestimmt ist, Dein zu sein, wird seinen Weg zu Dir finden. Du musst es nicht erzwingen. Entspann dich und erwarte das Beste. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, die Hände in den Schoß zu legen und einfach mal abzuwarten. Wir haben Pläne, wir verfolgen ambitionierte Ziele und vor allem haben wir eines nicht im Übermaß – Zeit. Wir befinden uns von der Stunde unserer Geburt an auf der Zielgeraden Richtung Tod und mit genau diesem Wissen im Hinterkopf sind wir lebenslänglich gefordert, alle unsere Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. Wir wollen immer irgendetwas und meistens wollen wir noch mehr davon und das sofort. Die Vorstellung, uns einfach zurückzulehnen und Gott oder das Universum mal eben machen zu lassen, hört sich für viele erst einmal merkwürdig an. Wie kann das funktionieren? Und optimierungssüchtig, wie wir nun einmal sind, wie können wir auf diese Weise sicherstellen, dass wir auch wirklich, wirklich genau das bekommen, was wir wollen? Gar nicht, lautet die ernüchterne Antwort. Aber wir stellen auf diese Weise sicher, dass wir genau das bekommen, was wir brauchen und was uns im Leben noch fehlt. Du bekommst nicht das, was du möchtest? Gut so. Unser freier Bild ist eine praktische und sehr nützliche Angelegenheit. Wir steuern unser Leben dank seiner Unterstützung und distanzieren uns vor allem von Dingen, die uns Unbehagen bereiten. Doch manchmal verrennen wir uns in ein Idealbild oder eine Vorstellung, die wir unbedingt für uns verwirklichen möchten. Um jeden Preis wollen wir diesen einen Mann, diese eine Frau, diesen einen Job oder diese einmalige Gelegenheit. Wir verstehen die Welt nicht mehr, wenn uns Herzenswünsche solchen Ausmaßes verwehrt bleiben. Welcher liebende Gott und welches fürsorgliche Universum hat Freude daran, seinen Schützlingen die Liebe und den Erfolg, die Erfüllung und das Glück vorzuenthalten? Die Antwort lautet, eben dieser Gott und eben dieses Universum, die nur unser Bestes wollen, haben hier korrigierend eingegriffen. Wenn diese Menschen, dieser Arbeitsplatz oder diese günstige Gelegenheit wirklich die beste Option für uns gewesen wären, hätten wir den Wunsch erfüllt bekommen. Sie waren es also nicht. Warum? Vielleicht waren unsere Traumpartner eben nur das. Ein schöner Traum, der in der Realität aber nicht hält, was er verspricht. Vielleicht waren die beruflichen Optionen der sichere Weg in ein Burnout oder Schlimmeres. Wir hätten unter Umständen unser ganzes Leben auf Spiel gesetzt, wenn unsere spirituellen Lichtgestalten sich nicht dazwischen geschaltet hätten. Sie können in die Zukunft blicken, wir Menschen können das nicht. Wer weiß, was in ein paar Jahren geschehen wäre, wenn wir diesem Weg stur gefolgt wären. Außerdem kennen wir niemals alle Fakten, die höheren Mächte jedoch schon. Sie sehen das Gesamtbild, während wir immer nur eine Momentaufnahme erkennen können, die wahrscheinlich nicht viel größer als ein Puzzleteil ist. Sei unendlich dankbar für jedes Nein, welches das Schicksal dir bislang serviert hat. Egal, ob Partner, Job, Wohnung oder eine andere Chance, die dir nicht zuteil wurde. Es war nicht nur gut so, wie es war. Es war für dich mit Sicherheit das Beste. Wann ist Bescherung? Angenommen, wir finden uns ab damit, dass wir nicht alles haben können, was wir so unbedingt möchten. Was bekommen wir denn stattdessen? Wann findet diese himmlische Bescherung statt, über die immer alle, die schon einen Schritt näher an der Erleuchtung sind, als wir so großartig sprechen? Zeit ist leider ziemlich relativ, wenn man unsterblich und unendlich ist. Gott und das Universum haben daher reichlich davon, was uns als Sterbliche an sich schon wahnsinnig machen kann an manchen Tagen. Unsere Lebenszeit ist begrenzt und für viele Herzenswünsche, etwa für das Gründen einer Familie, steht uns auch nur eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung. Da kann es schon einmal vorkommen, dass wir leicht ungeduldig reagieren und den Glauben an die Weisheit der höheren Mächte in Zweifel ziehen. Auch kann es nicht sein, dass wir mit all unserem gottgegebenen Potenzial schon seit Jahren in einem Job festsitzen, den jeder x-beliebige Mensch von der Straße jederzeit für uns übernehmen könnte. Falls wir morgen sterben würden, hätte uns das Unternehmen in weniger als 14 Tagen ersetzt und kein Hahn kräht mehr nach uns. Warum müssen wir hier ausharren und keine unserer Bestrebungen voranzukommen, will uns gelingen. Die Antwort lautet, Timing ist alles im Leben. Das berühmte finstere Tal kann sich ganz schön lange hinziehen, ebenso der Tunnel, in welchem wir uns nach dem Licht am Ende sehnen. Gott und das Universum parken uns manchmal für unerträglich lange Zeit am scheinbar falschen Ort. Zumindest ein kleiner Teil von uns weiß, dass ein höherer Zweck damit verfolgt wird. Unsere innere Stimme ermahnt uns täglich, dass dies nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu unserer Bestimmung ist. Egal ob unglücklicher Dauersingle oder Gefangener auf dem beruflichen Abstellgleis, Deine Zeit wird kommen. Und irgendwann folgt auch der Moment der Erkenntnis, wo diese Durststrecken einen Sinn ergeben. Haben wir unsere einzige Chance vielleicht schon verpasst? In der Marte Schleife auf das Glück gehen uns viele Fragen durch den Kopf. Wir denken an unsere Jugendliebe und zweifeln gelegentlich daran, ob die Entscheidung, sie gehen zu lassen, wirklich klug war. Was, wenn wirklich nichts Besseres mehr nachkommt und wir aus lauter Stolz, Eigensinn, Dummheit oder Hochmut die einzige Chance auf Glück in der Liebe verspielt haben? Was, wenn wir damals das lukrative Jobangebot angenommen hätten und nun irgendwo im Ausland eine bemerkenswerte Karriere vorweisen könnten, stattdessen aber lieber am Schoße der Familie und Freunde geblieben sind? Und? Hätte der Urlaubsflirt vom letzten Jahr das Potenzial für mehr gehabt? Oder hätten wir unsere Schule und Ausbildung doch ganz anders planen und umsetzen sollen? Würden bessere Noten rückblickend einen Unterschied machen? Die Antwort auf alle diese Fragen lautet Nein. Es gibt ein universelles Gesetz, welches unumstößlich wahr ist und unabhängig von Religion oder Weltanschauung seine Gültigkeit bewahrt. Was für uns bestimmt ist, wird uns auch erreichen. Wir Menschen hätten gar nicht die Macht dazu, uns unserem Schicksal zu entziehen. So ungeschickt, kurzsichtig oder dumm könnten wir gar nicht agieren, um hier den höheren Mächten ernsthaft in die Suppe zu spucken. Wir können unserer Bestimmung nicht entkommen, ebenso wenig können wir sie verpassen oder in die Flucht schlagen. Nichts, wirklich gar nichts, was wir Menschen denken, fühlen, sagen oder tun könnten, hält uns von dem fern, was an Vorersehung für unser Leben geschrieben steht. Kommt Zeit, kommt Erfüllung. Das Warten im Vertrauen darauf, dass sich die Dinge zu unseren Gunsten fügen, ist sicher der schwerste Teil. Wer sich immer schon gefragt hat, wie Glaubensprüfungen im echten Leben aussehen, bekommt auf diese Art eine ganz gute Vorstellung davon. Wir müssen keine Wüsten mehr durchwandern und kein Leben in Meditation und Stille in der Abgeschiedenheit eines Klosters führen, um Glauben zu lernen. Wir können unser Vertrauen in unsere Lichtgestalten jeden Tag trainieren und zeitgleich unter Beweis stellen, indem wir den Dingen ihren Lauf lassen. Kommt Zeit, kommt Erfüllung in unser Leben. Die guten Gaben, die das Schicksal für uns vorgesehen hat, werden vielleicht anders sein als jene, die unser bescheidener, irdischer Verstand sich vorgestellt hat. Bis dieser Segen dich erreicht, sei ein Segen für andere. Wenn Dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben.